so weiter geht's jetzt kann ich wieder mal nicht steuern raum und dann war cool eine rote drohe und ich komme nicht dran ich denke man ich werde das ding durchzocken also kann man nicht durchzocken wenn man die mutter besiegt dann hat man es ja so gesehen durchgeschafft eigentlich war da gibt es noch so viele sachen die er dann lösen muss und das ist ja es gibt ja mehrere körperteile von der mutter nicht nur ein wenn ich zum beispiel das bein herz und dann gab es nur eine reteile rüstungsherzen wie geil schlangen habe ich noch nie gab das sind oben alter schlangen linien ist das geil habe mal wieder ein geiles item gefunden ich sehe hier gerade einen herzcontainer nein aber ich komme durch hey bomben irgendwie habe ich den gleich wieder aber irgendwie gedreht wofür sind die batterien keine ahnung was jetzt vorhin auch gehabt da bin ich irgendwie abgeregt na egal ich habe meinen herzcontainer erreicht eine bärentatze grizzly porr und zusätzlich herzen die geil ja ich bin noch im boss raum suchen sieben ich brauche ein ganzes siebendes herz dann hätte ich nämlich etwas freigeschaltet ein charakter aber ich habe gerade eins verloren scheiße ich brauche einen schüssen die bärentatze gibt ein herz wie geil also bis jetzt zähle ich das spiel relativ leicht noch ja noch waren ihr spinnenviecher bleibt da stehen und ich habe einen schüssel ich hatte gerade sieben herzen und wieder weniger 1 2 3 4 cool jetzt brauche ich noch zwei interessiert was macht die wie sieht die aus muss sie heftig ist sie nicht musst du anwählen ja ne ich bin ja nicht tot scheiße ist dass man das spiel nicht speichern kann ja wäre auch einfach irgendwie ich meine so einen geilen charakter erstmal so schön behalten ist ja nochmal nice verbesserungswürdig vielleicht sollte man so machen ich habe über was hast du ich habe jetzt insgesamt 6 10 herzen das gefällt mir beim end boss ich habe jetzt mal wenn ihr herzen weniger hast dann hast du das problem du kommst irgendwo raus und ach dann muss ich den ganzen kack genommen machen vor dem boss dann vielleicht ich meine hallo ey schon hier boss warum ich habe jetzt ein neues leben und bin noch nicht gestorben ist doch cool was sind wir dann eher warte mal kurz hm boah verpisst euch verpisst euch verpisst euch von mir ja so wir da und bereit für den boss es ist isaac vs mom na lol na dann viel glück ne vor gegen dein bein ey cool ich habe einen schuh gekriegt mom's heels ich habe hier schuhe also ich hätte hier vom schuh angegriffen vom bein mhm du musst aufpassen ausweichen und auf die türen schießen auf was auf die türen schießen ah ja weil da sind auch glaube ich die ogen oder sowas ähnliches jetzt hat er die stiefel an wie geil oh ne versus mistloft boah hier ist ein arm 3 und sind ist da die über das ist auch mal ein richtiger boss alter bloß ich krieg ja schon bei den einfachsten gegnern was ich ehrlich gesagt komisch finde man verschwindet doch mal ich habe ich muss aufpassen dass die abkratzt und ne oder ich will ich glaube die ist tot ist gestorben was Oh, fängt das noch mal an zu lecken, ey. Voll auf die Fresse gekriegt. So. Again by... Ich hab ein Herz gekriegt, wie geil. Okay, ich hab durch. Kann sein, das sind die Credits, aber ganz durch wirst du es noch nie haben. Okay, aber doch. Nee, aber mit anderen Charakteren, ne. Okay. Und das generiert sich immer wieder neu und ganz anders und schwerer auch. Larry Jr. Ja. Peep hatte zum Beispiel noch gar nicht. Und Gurdy. Und Locki. Und Monstero Z. Oh cool, jetzt kann ich ja Eve sehen, oder? Oh cool, jetzt kann ich ja Eve sehen, oder? Also Eve sieht ja lustig aus. Ja, du musst dazu sagen, dass es bei Isaac ist. Es ist ein Mädchen. Die ist aber süß. Okay. Die hat aber nur zwei Herzen. So. Oh man, wieso immer diese Kackfliegen. Also wenn es wieder solche Leichtmonster sind, dann habe ich das Spiel in Nu durch. Also hier kann man nie durch haben. No, doch. Nee. Eben nicht, weil es immer wieder neu ist. Man kann es durch haben, wenn man mit allen Charakteren einmal durchgespielt hat. Ja, aber die Räume sind immer wieder neu. Das sind immer wieder neu regeneriert. Ja, du, aber die Meister... Ach, der regenerierte sich auch immer wieder neu hier beim Super... Nee, warte mal, was war's? Nest. Ach, das allererste oder das zweite war's. Das erste war das normal und das andere war dann selten an sich. Das zweite. Ja, irgendein Zelda hat sich hierbei auch wieder regeneriert. Und man konnte es auch durchspielen. Du wirst es ja nicht. Ja, nee, nicht so in der Form generiert, sondern... Hier sind einfach komplett die Räume immer anders. Ja, ja. Bei Zelda war's glaube ich genau so, dass es immer gleich waren die Räume. Nee, nee. Das wurde auch wieder neu regeneriert. So weiß ich ganz genau. Hab's schon oft genug gespielt. Hm. Aber ich weiß jetzt nicht mehr welches. Es war... Es war glaube ich... Es... Ey, ist doch schon wieder dieses... Weiß ich hier wie? Ähm... Nee, es war... Boah, müsste ich nachgucken. Ich glaube für ein Nintendo... Entertainment System. Also... NES. Nesmo. Ja, NES. Nintendo Entertainment System. Dresden wir... Ehm... Gitarren... 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 und über die Eulen-Statue speichern, wenn sie das nicht gemacht haben, weil das Spiel stand weg. Ich kenn das, hab ich auch gehabt das Problem. Was hast du japanische Zelle Meuse of Masks gespielt? Ja weiss ich nicht, ich hab das Spiel gehabt, nur da konnte ich es auch nicht speichern, auch nie mit der Hymne der Zeit. Was denkst du, warum ich das gehasst habe? Jedes Mal musste ich neu anfangen, so. Dann hab ich es irgendwie mit der Eulen-Statue hingekriegt, dass ich es dort gespeichert habe bei dem dritten Spiel. Keine Ahnung, kann ich dir ehrlich gesagt nur sagen. Also, ich könnte es dir sagen, wenn du mir sagen sagst, was dein Aufdruck hinten drauf ist. Weil 1.0 wäre ich mir nicht sicher, ob es schon das mit der Eulen-Statue behoben wurde. Aaaaah, jetzt war faszinierend das Fliege. Okay. Der ist tot. Wir haben Rotten Meat. Es fliegt so ein schwarzes Vogel in dem Meer. Ein schwarzes Vogel... Äh, Death Bo... äh, Bird glaube ich ist das. Jo. Der greift, glaube ich, Viecher an und so und gibt dir irgendwas. Keine Ahnung. Das ist okay. So, 1, 2, 3... Alter Leute, ich habe im Endboss-Raum ein Herz gegrillt und ich kann es nicht einsamme, weil ich diese komischen Rüstungsherzen habe. So, und ich habe vier Herzen. Also irgendwie hat sich der Boss festgepackt. Irgendwie, der macht nur noch gleiche Bewegung. Nimmst du noch auf? Nimmst du noch auf? Ja, das ist eigentlich gerade ganz einfach, aber... Ich muss doch jetzt bloß nicht, ich habe doch noch ein Herz, ey. Nimmst du noch auf? Oder schon? Ja, sicher. Die ganze Zeit. Ich habe endlich so einen Raum gekriegt, ey. Äh, ich gehe einen Vertrag ein. Äh, was nehme ich? Äh, Kreis? Äh, was? Boah, geil. You unlocked Eve. Wie geil. Oh, ich bin schwarz. Oh, ich bin ein Geist. Geil. Auch so einen Raum gekriegt? Ja, gerade eben, Alter. Das ist richtig geil. Eve ist lustig, also ich mag die mehr als Isaac. Ich bin jetzt ein Geist. Kann ich leider sehen. Eve ist geil. Und du, ich kann nicht sterben. Hehehe. Ja, das hatte ich eben auch, das Problem. Also ich habe kein Herz mehr. Hehehe. Sterben kannst du, glaube ich, trotzdem. Ich habe es nicht ausprobiert. Boah, fuck. So. Aber ich bin echt schnell damit. Das ist richtig geil, finde ich irgendwie. Ja, ja. Besonders da meine Kugeln so in Schlangenformen wackeln hier hin und her. Boah, so ein Kack, als bin ich doch gestorben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ein Replay. Okay. Und ich denke mir mal, wir machen es dann gleich wieder weiter. Und ich denke mir mal, wir machen es dann gleich wieder weiter. Und dann, wir machen es dann auch so ein bisschen mehr ... Und dann, wir machen es dann so ein bisschen mehr. Und dann eher, wir machen es doch mal hin.